So, hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge der Winterserie hier von Season 17. Und ihr seht schon, ich habe hier ein Rallye-Auto und zwar ein Subaru Impreza. Denn die nächste Meisterschaft, die wir fahren werden, ist moderne Rallye-Autos B700. Drei Rennen und wir können eine Lotus Elise gewinnen und die zweite Meisterschaft werden wir auch fahren. Das ist dann GT-Fahrzeuge und das ist also eine ganz gute Mischung, denke ich. Erstmal werden wir jetzt, aber, ups, dann hat sich das Navi aber schnell umgestellt. Erstmal werden wir jetzt zur Rallye-Meisterschaft fahren und die machen und dann zum Schluss die GT-Meisterschaft. Und dann haben wir wieder alle drei Meisterschaften der Wintersaison hier absolviert. Die erste konntet ihr ja schon Anfang der Woche hier auf meinem Kanal sehen. Ja, und bin mal gespannt, ob wir dann vielleicht schon den Megane RS gewinnen. Ob das schon reicht von der prozentualen, ähm, Fortschritt hier. Ah, dieser Boxermotor vom Impreza ist einfach ein Traum, ey. Also ich habe schon ein, zwei oder sogar, ich glaube, drei, ähm, Imprezas hier zurecht gebaut. Immer wieder ein Traum, die Dinger zu fahren. So, das war hier natürlich Käse. Den Wagen habe ich schon mal voll auf Rallye umgebaut, deswegen, ähm, zeige ich euch das jetzt hier nicht. Weil ich, macht ja keinen Sinn, den jetzt nochmal zu zerlegen, den Wagen und dann, äh, nochmal neu aufzubauen. Und, ähm, da wir jetzt eh die zwei Meisterschaften noch in der Folge hier haben werden, äh, passt das auch zeitlich besser. Müssen wir mal sehen, was wir bei der nächsten zweiten machen. Ähm, ob wir da ein Auto noch zurecht bauen, aber das werden wir dann ja sehen. GT-Auto müsste ich eigentlich nämlich auch haben in der Klasse A800. So, aber jetzt wollen wir erstmal Rallye fahren und zwar, hier ist, glaube ich, auch, ist hier schon, weiß ich nicht, ne, ist hier noch nicht, äh, der Startpunkt. Wir müssen noch ein bisschen weiter fahren. Können uns jetzt hier nochmal ein bisschen mit dem Wagen vertraut machen. Zwei Kilometer noch. Ja, der wird ja leider nicht mehr gebaut, der Impreza. Auch der Neue nicht mehr in den, in Europa zumindest. Was ich sehr schade finde. Gut, und jetzt sind wir, glaube ich, am Ziel angekommen. Du hast dein Ziel erreicht. Paar Meter noch weiter. 200 Metern hast du dein Ziel erreicht. Genau, hier vorne Whitehorse-Hillfahrt. Du hast dein Ziel erreicht. Lakehurst-Silvester heißt diese Meisterschaft. Vielleicht gibt's ja hier das Feuerwerk vom Festivalgelände. Ist du bereit, in die Wintermeisterschaft zu starten? Oh ja. Werdere dich das. Natürlich bist du das. Alles hier rund um diesen See. Ja, da waren noch zwei, drei andere Fahrzeuge, die wir hätten nehmen können. Zum einen auch noch einen Focus RS zum Beispiel, den etwas älteren. Ähm, aber wir bleiben jetzt einfach beim Impreza. Mit Subishis werden auch dabei sein, ja. Hier hätten wir auch einen Evo 9 nehmen können. Den habe ich aber mehr auf Street umgebaut. Deswegen lasse ich das mal jetzt bei dem hier. So, und das Ganze ist jetzt eine Start-Ziel-Etappe. Also kein, ähm, kein Rundkurs. Top-Speed-mäßig sind wir jetzt auf jeden Fall nicht im Vorurteil, aber auch nicht weit hinten dran. Also... Ah ja, obenrum haben wir sogar ein bisschen mehr Power als manche. Wie es aussieht. Ja. Oh, hier einfach mal ein bisschen vom Gas bleiben, das gut funktioniert. So, die Strecke hier im Moment noch mehr Asphalt als Schotter. Allerdings scheint unser Wagen da doch auch gute Karten zu haben. Das müsste Vollgas gehen. Jetzt geht es hier gleich rechts hoch. Hier kommt man auch Vollgas. Vorne noch ein etwas modernerer Impreza. Und jetzt müsste es irgendwann rechts gehen. Ja, ich sehe schon. Jetzt wird das hier ein bisschen schwierig. Jetzt bremsen. Ein bisschen spät, aber es hat noch gepasst. Ah, gut. Das war jetzt nicht so gut. Hier wird es nochmal deutlich enger. Jetzt geht es noch mal ein bisschen in den Wald rein. Gut. Okay. Schau, jetzt sind wir wieder von Schotter auf Asphalt umgeschwenkt. Ich glaube, das war es dann jetzt auch fast. Ich glaube, das war es dann jetzt auch fast. Müssen wir nochmal hier an diesem kleinen Teich vorbei. Der jetzt gleich links kommen sollte. Und dann ist schon das Ziel vor uns. Ja, also auch hier ist der Wagen ein gutes Paket. Ich glaube, ich habe den auch echt auf Offroad umgebaut. Also allein von der Fahrwerkshöhe schon ist da auf jeden Fall ein Offroad-Fahrwerk drin. Und deswegen war das ja eigentlich gut machbar. Vor allem habe ich auch einen echt guten Top-Speed-Vorteil so in den höheren Gängen dann gehabt. So, das nächste Rennen müsste, ja genau, die sind beide hier oben, ein Rundkurs. Und einmal, wir machen da jetzt einfach mal eine Schnellreise hin. Weil mir hier leider gerade so ein bisschen die Zeit flöten geht. Kriegen wir aber alles noch hin. Und werden auf jeden Fall die beiden Meisterschaften jetzt noch fahren hier. So, nochmal warten. Und dessen checke ich hier gerade mal ein bisschen was anderes ab. So, okay, das passt alles. So, direkt mal starten. Und, ähm, ich weiß nicht, wieso das Silvester heißt. Wahrscheinlich, wann fängt das nochmal an? Donnerstag. Donnerstag, letzte Woche, war Silvester schon vorbei. Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum das dann trotzdem so heißt. Das ist mir aber auch jetzt egal. Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee. Ähm, wir werden auf jeden Fall jetzt, ähm, die nächste Strecke fahren. Eine Rundstrecke, wie ich schon gesagt habe. Ich glaube, die hat es auch eigentlich relativ in sich. Denn die Kurven hier sind ein bisschen schwierig zu fahren. Sehr eng. Und, ähm, aber jetzt ist es auch ein bisschen dunkel hier. Sollte jetzt nicht so ein Riesenproblem sein, aber es ist eine kleine Umstellung. Sehen wir mal hier diese komischen Rückleuchten vom Subaru. Schon ein bisschen seltsam aussehen. So, jetzt wird es eng. Boah, das war ja zu eng. Da habe ich euch jetzt ja komplett verschätzt. Hätte ich auch mal früher bremsen müssen. Aber jetzt geht es hier auch mal ein bisschen auf Schotter. Und jetzt in die H-Nadel hier. Mit relativ viel Speed. Haben wir eigentlich gut erwischt. Der andere war aber auch gut dabei. Und jetzt müssen wir auf Schotter anbremsen. Dann auf Asphalt rüber. Möglichst den Schwung mitnehmen. Die Traktion. Und dann bremsen wir hier nochmal hart an. Für diese 90 Grad Kurve. Und dann sind wir auch schon wieder auf der Startzielgeraden. Und haben hier in den letzten Abschnitt nochmal echt gut Boden gut gemacht. Haben wir noch, ja sind wir schon auf Platz 2 vorgekommen jetzt. Und jetzt kommt nochmal so eine 90 Grad Kurve, die man immer nicht unterschätzen darf. Haben wir gut erwischt. Jetzt geht es den Berg hoch. Und dann müssen wir mal sehen, dass wir jetzt diesen Bremspunkt vielleicht mal besser erwischen als in den Rennen vorher, also in der Runde vorher. So, hier oben nämlich kommt die Kurve gleich. Ich brems jetzt schon mal an. Ja, das war gut. Das war genau richtig. Der hinter uns hat zwar noch ein bisschen später gebremst, aber dann waren wir echt gut auf der Linie auch gleich für die nächste Kurve. Und jetzt können wir uns hier erst mal ein bisschen absetzen. Und jetzt können wir uns hier noch ein bisschen absetzen. Oh, eigentlich recht unspektakulär. Jetzt nach der ersten Runde hier werden wir das wohl recht locker gewinnen können, wenn wir jetzt nicht noch irgendwo was Grobes einbauen. Da bin ich dann schon ein bisschen mehr gespannt auf diese GT-Wagen-Meisterschaft. Ich bin ja auch ein großer Fan von GT-Fahrzeugen. Die mag ich sehr gerne. Diese großen, leistungsstarken Reisefahrzeuge. Ob Limousine oder Coupé. Aston Martin baut da sehr, sehr schöne Modelle, aber auch BMW tatsächlich. Und der Trend geht da tatsächlich auch irgendwie hin. Denn viele Hersteller bauen jetzt solche Fahrzeuge oder sagen, es sind GT-Autos. Zum Beispiel McLaren mit diesem neuen Wagen, der eigentlich eher aussieht wie ein Sportwagen oder ein Supersportwagen, aber dann doch GT sein soll. Selbst Mercedes hat er aus dem aus dem AMG GT, was ja auch schon GT heißt, aber auch ein Supersportwagen. Er ist einen AMG GT 4-Türer gemacht. Das ist meiner Meinung nach ein reinrassiger GT. Und ja, gibt es da, gibt es eben verschiedene. Auch Mercedes hat da einige im Repertoire. Oder Audi. So. Aber wir haben es jetzt geschafft. Dieses Rennen hier verging wie im Flug. 20 Punkte, 40 insgesamt. Und der Startpunkt vom letzten Rennen ist direkt hier um die Ecke. Deswegen können wir es gleich hier nachliefern im Anschluss. Oder gleich im Anschluss gleich starten. Ohne große Verzögerung. Genau. Wir müssen nur an die Straße runter. Dann links. gehen wir hier nochmal ein bisschen den Wald umforsten. So. Lakehurst Forest Fahrt. Das ist also die letzte Veranstaltung dieser Lakehurst Silvester Meisterschaft. Gut. Nehmen wir wieder den Wagen hier. Der ist echt gut. Und dann haben wir ich glaube dann haben wir am Ende des Tages einen Lotus Elise gewonnen. Nicht unbedingt gerade das ideale Fahrzeug für winterliche Bedingungen. Da ist es eher so, dass man das Auto über den Winter in der Garage lässt und nur im Sommer rausholt. Lotus Elise eines der Fahrzeuge, die ich am wenigsten gerne im Winter fahren würde. Aber egal. Wir haben sie dann und ist ja auch schön. Ach. Jetzt hier gerade. Genau. Das ist die gleiche Passage, die wir eben gefahren sind. Nur rückwärts. Jetzt allerdings keine Rundkurs, sondern eine Start-Ziel-Etappe. Ähm. Hab mich aber ein bisschen verschätzt hier schon in den ersten Passagen. So, ja gut. Nicht zu viel aufs Gas. Jetzt geht's einmal über die Strecke hier, aber wieder in den nächsten Schotterabschnitt. Kurz die Handbremse angetippt. Jetzt hier geht's wieder gegenpendlermäßig. Das sind zwei Rechtskormen aneinander. Muss man sich ein bisschen in der Mitte ein bisschen Verschnaufzeit geben und jetzt wird's eng. Sehr eng. Ich sag's noch und hab's wieder ein bisschen übertrieben, aber ähm. Gut durchgekommen hier. Das passt schon. So, jetzt wird's nämlich ein bisschen schneller werden. Jetzt kann ich hier Vollgas auf diese längere Gerade und dann wird's kniffliger. Das leitet jetzt hier voll dazu, alles Vollgas zu nehmen. Aber hier muss man ein bisschen bremsen. Sonst, äh, passt das hier alles nicht mehr. So, auch schwierig hier kurz dieser Asphaltabschnitt, auf den man drauf rutscht und plötzlich Grip hat. Das mag der Wagen nicht gerne. Aber es macht mega Spaß, hier lang zu heizen. So, jetzt kommt's nochmal, hier geht's nochmal in ein etwas technischeren Abschnitt. Ja, man. Richtig gut. Ah, das macht ja, das hat jetzt hier nochmal richtig Spaß gemacht. So ein richtig schneller, knackiger Rallye-Abschnitt. Und somit haben wir auch die, ähm, Rallye-Meisterschaft gewonnen. Bleibt also nur noch, ähm, jetzt die GT-Meisterschaft. Da bin ich auch mal gespannt. Denn, ja, das wird wahrscheinlich auch, ja, von der Leistungsklasse ist es dann sogar die höchste, weil wir bisher nur B700-Meisterschaften hatten in der Wintersaison. Elyse haben wir gewonnen. Ist jetzt kein besonderes Auto, was man noch nie gesehen hätte, deswegen werde ich den jetzt nicht extra nochmal vorstellen. Ich meine, jeder hat schon mal eine Lotus Elise irgendwo gefahren, wahrscheinlich. auch wenn es da verschiedene Varianten von gibt, aber, ähm, ja, und jetzt im Winter muss man das auch nicht unbedingt fahren, denke ich. Aber, was wir unbedingt fahren werden, ist die GT-Meisterschaft. Und da wollen wir mal direkt gucken, wo die startet und, ähm, ob wir dann ein vernünftiges Fahrzeug für haben. So, die startet oben in den Highlands, glaube ich, genau hier. A800 GT-Fahrzeuge. Weniger ist Moor. Cooler Name. So, und wir gucken mal, ob wir einen A800 GT-Wagen haben. Die meisten sind, glaube ich, eher höher in der Leistungsklasse. Gucken wir mal rein hier. GT-Wagen. Was haben wir denn da? Das ist 8C von Alpha. BMW haben wir hier den M6, aber der ist natürlich zu schnell. Also, überraschend wenig Auswahl hier. Den habe ich auf S900 hochgetunt. A800, okay. Also, wir haben da nichts tatsächlich, äh, aufgebautes für in der Liste. Wir haben aber hier in der Nähe ein Haus. Ich muss jetzt einmal rechts fahren und dann sind wir auch schon fast da und dann gucken wir uns mal an, was wir uns da zurecht bauen für. Gucken wir noch mal in den Autohändler. Da gibt es dann nämlich auch unverbaute GT-Autos. Vielleicht suchen wir uns da einen aus. Also, ich habe gerade Maserati, äh, den Maserati gesehen, den könnte ich mir auch gut vorstellen dafür. Den müsste man dann allerdings noch etwas, ähm, ja, auftunen und modifizieren. So, Automesse. Wir gucken erstmal in die Automesse, was es da überhaupt so gibt. Machen wir nochmal hier den Filter an auf GT-Wagen. Wo war's? Da? Ja, der normale M6, den könnte man nehmen tatsächlich und umbauen, aber der ist eigentlich nicht sehr gut ausgewogen, muss man leider so sagen, auch wenn ich BMW-Fan bin. XKRS ist vielleicht etwas zu hecklastig, die sind sehr, sehr hecklastig. Ich denke, ich werde mal hier den Gran Turismo S von Maserati nehmen, den wollte ich nämlich eh mal auftunen und, ähm, ist für mich auch eigentlich, glaube ich, die beste Wahl, wenn ich den eh mal fahren wollte. Der Wagen wird übrigens jetzt auch bald nicht mehr gebaut, es wurde jetzt nochmal eine Sonderedition davon herausgebracht, aber der Wagen ist auch schon recht lang auf dem Markt. So, ist er denn, was ist das hier eigentlich, das ist ein super Saloon, okay, schade. So, Heckantrieb, 727 Leistungspunkte, 490 Newtonmeter, 1881 Kilo, also, da müssen wir auf jeden Fall, ähm, Gewichtsreduktion reinbauen und Hubraum ist bei 4,6 Litern, also, wahrscheinlich ist da ein V12 drin oder was, könnte ich mir vorstellen, wahrscheinlich nicht, aber, ich weiß es gar nicht, ich glaube, es ist eher ein 8 Zylinder. Wir wollen mal gucken, ob wir da unter die Haube schauen können. Leider nicht, schade, denn da ist ein Ferrari Aggregat drunter und das ist auf jeden Fall vorne eingebaut. Egal, haben wir halt Pech gehabt, können wir uns nicht angucken, aber wir können das Auto jetzt mal zurechtbauen und was habe ich gesagt, Gewichtsreduktion ist hier sehr wichtig, deswegen fangen wir da einfach mal mit an. Machen wir mal hier gleich die Stufe 3, dann sind wir auf 1496 Kilo. der Motor ist groß, sollte also eigentlich recht viel Leistung haben, deswegen werde ich mal gucken, dass ich den jetzt eher auf Fahrbarkeit tune, Rennreifen gehen nicht, sind wir schon in der S1 Klasse, aber Sportreifen und vorne machen wir sie wieder ein bisschen breiter und hinten machen wir sie nochmal breiter, weil Heckantrieb und das sind jetzt schon somit die wichtigsten Sachen, was das Fahrverhalten angeht, aber auch hier die Bremse ist noch wichtig, da bauen wir mal eine richtig volle Bremsanlage ein und Sportfedern sollten reichen, Stubby ist auch immer gut, Karosserie verstärken wir ein bisschen, wir haben noch 10 Leistungspunkte übrig, die werden wir in die Antriebsstrang investieren, hier Antriebswelle, Carbon, Getriebe, Sportgetriebe und Diff können wir auch mal ein Renndiff einbauen, das können wir dann ein bisschen reduzieren von der ähm, ja, sag schon, vom Drehmoment, Abtrieb bauen wir nicht rein, das lassen wir so, das braucht das Fahrzeug nicht, so, dann bauen wir noch ein bisschen Ansaugung rein, und ein bisschen Abgas, oder hier, Ansaugkrümmer, und Ventile gehen nicht mehr rein, dann machen wir noch Schwungscheibe, gut, ich hoffe, das ist ein gutes Paket, wir lassen das mal so, ähm, jetzt hauptsächlich, äh, ja, das Fahrverhalten des Fahrzeugs beeinflusst, also Fahrwerk, etc., Gewichtsreduktion, wenig an der Leistung gemacht, da vertraue ich jetzt einfach mal auf das Ferrari-Aggregat, dass das genug Leistung liefert, ähm, ja, und wir werden mal auf die Strecke gehen, und dann zum Ziel uns, ähm, ja, schicken lassen, da fahren wir direkt mal hin, so, ja, da müssen wir ja nicht so viel machen, was das, ähm, Anfangs-Drehmoment angeht beim Differenzial, das passt schon einigermaßen, na gut, bisschen könnte man es noch, ähm, ja, anpassen, aber es ist jetzt nicht ganz so wichtig, glaube ich, Bremse ist ein bisschen instabil, aber packt ganz gut, das sollten wir auf jeden Fall uns schon mal im Hinterkopf behalten, können recht spät bremsen, aber es ist, es ist ein bisschen instabil, okay, also gut gefällt es mir jetzt nicht unbedingt das Fahrverhalten, aber wir gucken einfach mal, was wir daraus machen können, starten wir mal direkt durch, Schnellreise, zack, und, ähm, ja, gucken wir mal, was am Ende des Rennens so übrig bleibt, also, gut ist die Wahl sicherlich nicht jetzt, der Aston Martin wäre wahrscheinlich besser gewesen, aber egal, wir gucken mal, was wir da jetzt mit draus machen können, so, eins, zwei, drei, alles, ähm, im Osten von der Map, okay, und das erste ist gleich eine Rundstrecke, die relativ knifflig ist, aber, das ist auch gleich ideal, ähm, Test, wie gut das Auto im Vergleich zu den anderen abschneidet, Aston Martin sehe ich hier, ja, es sind ja nicht so viele Autos in der Auswahl gewesen, deswegen, ähm, ja, ich glaube, der Aston hat die besten Karten, die, äh, Renaults, äh, die Renaults, die Jaguars und die, ähm, BMWs sollten eigentlich zu, äh, instabil sein, hier, gerade auf Schnee, und fährt dieses komische Regalia-Auto auch mit, was ich pottenkacke, hässlich finde und überhaupt, das ist überhaupt nicht in dieses Spiel passt, nur weil die da irgendein Franchise, ähm, irgendwelche Partnerschaften mit Final Fantasy gemacht haben, mussten dieses Drecksding hier mit reinbauen, sorry, wenn ich hier so rabiat gerade mich dazu äußere, aber, ja, so, ich muss aber sagen, das Auto fährt sich doch besser, als ich gedacht habe, hier der Maserati, und vor allem komme ich in den Kurven echt gut nach vorne, Bentley jetzt hier ganz vorne an der Spitze, haben wir überholt, fünf Runden sollen wir hier absolvieren, hier müssen wir schon bremsen, da ist so eine kleine Bodenwelle kurz vor der ersten Kurve, die kann man sich ganz gut einprägen, wenn man Fahrzeuge hat, die auf Sportreifen sind, oder eben etwas schwerer, kann man in diese Bodenwelle reinbremsen und kommt dann eigentlich ideal um die erste Kurve, hier muss man auch früher bremsen eigentlich, weil die Kurve nämlich hinter der Kurve weiter geht, hier wird es auch immer enger, hier wieder aufs Gas, um hier möglichst Vollgas durchzupeitschen, so, trotz Heckantrieb haben wir einen sehr stabilen Wagen, auch in den schnellen Kurven hier, also Maserati vielleicht doch eine der besten Fahrzeuge, ich glaube der Aston hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können, aber so an und für sich der Maserati Gran Turismo S heißt er, glaube ich, doch eine sehr gute Wahl. Ich bin jetzt ein bisschen quer gekommen, da habe ich ein bisschen Speed verloren, aber eigentlich nicht der Rede wert, denn wir haben schon einen sehr guten Vorsprung. So, hier wieder die Welle, wupp, anbremsen, lösen, das war jetzt ein bisschen sehr früh und möglichst schön den Speed mitnehmen hier über diese Hügel, links, rechts, links, und hier auch schon wieder früh einbremsen, treibt einen hier nämlich doch weit nach außen. Es gibt auch eine GT4 Version von dem Gran Turismo S, ich glaube in Assetto Corsa kann man die fahren, das glaube ich aus irgendeinem nationalen Cup oder so, weil so wirklich GT4 passt das Auto eigentlich nicht rein in diese Kategorie. Von den Specs allerdings schon. Ja, gibt es seltenen Spielen, aber wie gesagt in Assetto Corsa war sie da mal mit dabei, ich glaube es war ein DLC aber und das hat schon sehr viel Spaß gemacht das Fahrzeug zu fahren. So, jetzt habe ich euch gerade mal schön erzählt, wie man die erste Kurve gut anbremsen kann, jetzt kriege ich sie selber nicht mehr ideal, aber ist egal, wir packen das schon. So, ja, dafür hat das hier jetzt umso besser geklappt. Uiuiuiuiui, da war jetzt gerade ein bisschen zu viel zugelassen, was über Steuern angeht. Ungewöhnlich langes Rennen für Forza-Verhältnisse hier mit fünf Runden, aber finde ich auch mal ganz erfrischend, denn diese Mini-Rennen sind ja auch nicht immer so das gelbe vom Ei. Auch wenn ich jetzt hier wirklich schon nach der ersten Runde schon vorne bin, trotzdem zu kurze Rennen sind ja auch blöd. So, war es jetzt auch schon die letzte Runde. Ja, aber wir rocken das doch hier ganz gut, um mal ehrlich zu sein. Das läuft wie am Schnürchen. Funktioniert super. Und dann haben wir jetzt auch schon einen guten Vorsprung und einen guten Indikator dafür, dass wir diese Rennen hier wahrscheinlich ganz gut bewältigen können. die nächsten zwei, die noch kommen. So. und A900 ist jetzt auch noch so diese Performance-Klasse, wo es gerade noch gut funktioniert mit Schnee und Heckantrieb. Maserati GTS heißt der Wagen. Ja, Gran Turismo S, genau. Passt. Dann wollen wir mal das nächste in Angriff nehmen. Das ist nämlich direkt hier unten. Führt uns hier ja, durch einen ähnlichen Bereich nochmal durch, wo wir eben schon gefahren sind. Also ein Abschnitt davon ist mit enthalten. Und dann geht es glaube ich runter zur Küste. Aber das werden wir jetzt auch gleich sehen. Das ist jetzt also kein Rundkurs, sondern Start- und Ziehetappe wieder. Ich finde übrigens diesen Maserati Ghibli auch ziemlich cool. Den gibt es ja auch. Der ist auch irgendwann mal dazugekommen. Haben wir vorhin kurz in der Übersicht gesehen. Kann man hier leider nicht benutzen, sonst hätte ich ihn genommen, aber ja, auch ein schickes Auto. Maserati ist schon irgendwie so ein bisschen so ein Nischending, ne? der Jaguar unter den Italienern sozusagen würde ich so ungefähr betiteln. Klingt komisch, ich kann doch nicht richtig erklären, was ich damit meine, aber vielleicht weiß ja jemand, was ich damit meine. So, jetzt geht's los. Einmal im Kreisverkehr, hier haben wir jetzt noch schön Asphalt, also Schnee unbedeckten Asphalt. Hier schön eng bleiben. Diesen komischen Regalia-Scheißhaufen überholen. Wupp, okay. Haarnadel. Nicht zu früh aufs Gas. Und jetzt geht's wieder hier in die Schneegefelde. habe ich leider den Jaguar ein bisschen erwischt. das Auto macht echt mega Spaß. Ich hätte es gar nicht so erwartet. Ich dachte, das wird jetzt echt eine schwierige Nummer damit, auf die ersten Meter. Aber den habe ich anscheinend ganz gut hinbekommen. mit den Modifikationen, die ich da so reingebaut habe. Oh, da habe ich jetzt zu spät reagiert, aber es reicht noch. Da hätte ich noch früher vom Gas gehen sollen, dann wäre ich noch besser durchgekommen, dadurch diese Passage. aber alles noch im Rahmen hier. So, wunderbar. Jetzt wird es nochmal eng hier. So rechts, 90 Grad rechts, bergab. Man sieht schon, da wird der Bremsweg da doch deutlich länger. Jetzt ist uns hier der Bentley wieder auf den Fersen und jetzt kommen nochmal recht schnelle Abschnitte, die einen sehr geringen Grad haben am Limit. Also, wenn man es dazu sehr übertreibt, hat man schnell mal Probleme. Aber jetzt zumindest hier wieder kein Schnee mehr auf der Strecke. So, in ganz schnellen Kurven hat man immer ein bisschen noch Probleme mit der Vorderachse. Aber auch nicht jetzt dramatisch oder so. Okay, hier habe ich es jetzt verkackt. Ich glaube, was dem Wagen auch zugutekommt, ist ein recht langer Radstand. Das hatten wir jetzt bei den Renault gerade genau das Gegenteil in der letzten Folge. das stabilisiert den Wagen nämlich ganz gut und man sieht das hier ganz schön. Der ist recht weit hier bei dem Wagen. Zumindest jetzt optisch gesehen. Ich weiß nicht, wie es in der Realität ist. was ich aber weiß ist, dass wir das hier gewonnen haben und ein Rennen steht noch aus. Das machen wir jetzt noch. So, muss ich jetzt hier noch mal ganz kurz was schreiben. Jetzt kann es weiter gehen. Das war weiter nördlich, glaube ich. Da, genau. Auch hier in diesem Moorgebiet. waren wir da nicht schon? Ne, da waren wir noch nicht. Aber das ist jetzt noch eine recht kurze Rundstrecke. Sollte jetzt aber recht schnell abgehandelt sein. Wie gesagt, ich bin leider heute ein bisschen im Stress, deswegen schaffe ich das jetzt nicht mehr ganz, euch jetzt noch mehr zu zeigen, wenn wir jetzt ein Fahrzeug gewinnen oder so, kann ich es, ich muss danach leider aufhören, ich bin jetzt schon über meiner Zeit, sage ich euch jetzt einfach mal ganz ehrlich, so wie es ist, aber das Rennen werden wir noch zu Ende fahren, dass ich euch eben diese drei Meisterschaften zeigen kann. Die erste war ja in der ersten Folge und ja jetzt anscheinend nochmal ein bisschen in der Abend Abend Dämmerung oder so mit Schnee gut, fünf Runden wieder, die Strecke ist diesmal aber relativ kurz, ich kann mich noch ganz gut an die Strecke erinnern, die bin ich letztens gefahren, wir müssen hier aufpassen in der ersten Kurve und nämlich schon recht früh bremsen, ich habe schon recht früh gebremst, aber dieses blöde andere Kackauto da vorne hat mir gerade ein bisschen den Weg versperrt, ihr wisst welches ich meine, so, naja, das werden wir auch wieder wuppen hier, oh, was machst du da, habt ihr das gesehen, zieht da einfach hier vor meine Nase und bremst mich aus, der Spacken, ja, ich muss mich auch ein bisschen muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viele Kraftausdrücke benutze, so, die sind jetzt natürlich ein bisschen enteilt, aber wir haben noch genug Zeit, um die wieder einzuholen, hoffen wir mal, dass die uns nicht auch wieder so ausbremsen, so, hier bremse ich jetzt schon, ist sehr früh, aber das war schon gut so, ich glaube ein kleines bisschen später ist auch noch möglich, jetzt brauche ich erstmal eine Runde, um hier wieder aufzuholen, um Anschluss zu finden, Suspect ist der nächste auf unserer Liste, leider ein bisschen angetutscht hier, war aber glaube ich noch im Rahmen, so, wenn es jetzt fünfter wird doch noch knapper als ich gedacht habe, ein bisschen sehr rabiat von mir, aber es reicht, aggressiv, aber im Rahmen, so, hier habe ich ein bisschen spät eingelenkt, die sind jetzt aber wieder dran, ich glaube, da vorne, ich sehe noch den ersten, wir haben noch zwei Runden Zeit, ein bisschen Glück, können wir das noch gewinnen hier, so, ist jetzt mal ein bisschen mehr Platz gelassen, jetzt ich den nicht wieder berühre, viele Überholmöglichkeiten gibt es allerdings nicht, also, wenn ich jetzt nah dran komme, kann ich vielleicht in Kurve 1 was bringen, aber das ist sehr eng da, na, ich bin deutlich schneller, aber wird hier ausgebremst beim Rossbeschleunigen, oh, schon wieder, warum haben denn diese Jaguar-Fahrer irgendwie was gegen mich, weil ich vielleicht den Maserati als Jaguar der Italiener, italienischen Fagen, äh, bezeichnet habe, hassen sie mich jetzt wahrscheinlich, so, no risk, no fun, ey, no übersteuern, no fun, so, einer ist noch vor uns, das würde mir reichen, wenn wir so ins Ziel kommen, dann hätte ich die Meisterschaft gewonnen, aber ich würde natürlich schon noch lieber ganz vorne stehen, super, das hat wunderschön geklappt, so, mit ein bisschen Glück kann ich jetzt hier gleich in der nächsten Rechtskurve außenrum überholen, wird zwar riskant, aber machbar, denn da kann ich Vollgas gehen anscheinend und die Gegner bremsen da immer, also nicht ganz Vollgas, ich muss ein bisschen lupfen, naja gut, jetzt auch nicht gerade die schönste Art und Weise, aber es hat geklappt und wir kommen noch gerade so als erster ins Ziel und das war es dann auch mit dieser Meisterschaft, also die letzten beiden Meisterschaften, kann man eigentlich schon fast überlegen, ob ich das nicht vielleicht doch in drei Folgen sogar aufteile, aber das muss ich mir nochmal genauer überlegen, das war es auf jeden Fall erstmal mit dieser Folge, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dann bis zur nächsten Woche.